einen wunderschönen da bin ich euch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu neuen angezockt ich nehme jetzt hier auch noch mal in 4k hdr auch für euch und zwar terminator und zwar die ps5 version wir hatten ich habe das mache ich jetzt hier gleich hdr wir machen zehn minuten gucken oder so was in dem dreh weil wir hatten die ps4 version ja schon angezockt ich habe die ps4 version let's play ich habe mit platin heute in der ps4 version hier ist hier ist jetzt erfolgreich ziehen ich habe doch noch gar nichts gemacht aber sieht aus als wenn ich das schon vorschritt hätte achso nee das ist wie nur prozent nach egal wir haben ja auch wieder möglichkeit platin zu machen im gegensatz zu der ps4 variante haben wir hier mehr trophäen drin bei der ps4 variante sind es 26 trophäen bei der ps5 variante sind es 28 warum sind sie 28 wir haben hier einen modus mehr drin optionen wir haben es eigentlich alles so wie beim alten meine playstation sagt ja adr hat das definitiv also sagt meine playstation jedenfalls so spiel starten wir haben den infiltrator modus jetzt neu dazu gekommen den habe ich noch nicht gespielt und das hauptspiel wir machen jetzt erstmal ein video ein kurzes video zum hauptspiel und dann machen wir ein video zum infiltrator modus denke ich meine grafik die grafik sieht echt geil aus also komischerweise hier bei mir hat also leichten blau schimmer der terminator bei euch eine aufnahme hat nicht da sieht er komplett silbern aus das ist dann also ich hatte mich auf display hd hatte kino hdr so jetzt ist er bei mir genauso einfach ich werde euch immer meine meine anderen video von terminator verlinken ich finde das ist das beste terminator spiel er war also ich habe ja damals auf der ps1 ps2 und so hat die dinge gespielt die waren alle rotze ich habe das ist ein kleines team was das spiel verwirklicht hat und was sehr sehr schade ist dass die nicht so viel geld gekriegt haben august 29 19 weil man merkt hier wirklich man merkt bei dem spiel das habe ich damals bei der ps4 version schon gesagt unheimlich wie sehr die entwickler terminator feiern und wie sehr den entwicklern terminator am herzen liegt weil hier sind referenzen drin oder sachen die hier aussehen da denkst du wirklich du guckst ein terminator film es ist unfassbar geil umgesetzt worden und man merkt die leute haben die das spiel macht haben die haben sich damit auseinandergesetzt also das ist es ist leider nicht lang es ist ein bisschen linear aber teilweise ein bisschen eintönig ja aber alleine die umgebung und dass man mit dass man im terminator universum spielen kann ist der absolute hammer das ist also von mir eine ganz klare empfehlung kann ich euch jetzt schon sagen wie gesagt ich habe ja die ps4 version auch man come on come on where are the others where's the rest of the resist i don't know also im 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 Get up us, now! He moved, quick! I'm through. This is Private Jacob. I know who you are. There's an evacuation point on the other side of town. You need to get there. As soon as you get down the street, turn right, and run as fast as you can. Now go right. Turn left! Up there, through that building! Are you okay? Talk to me. I am. Who are you? It doesn't matter. Right now, you need to find a way to get out of there. I am. Das war's für heute. Wie war denn das? Ich muss hier irgendwie ... Ich weiß, dass ich da irgendwie ... durchgekommen bin. Aber ... Oh ja ... Drei ... Quart ... Drei 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 ... Ich hab zu lange nicht mehr gespielt, da kommt echt weg rein. Danke, Sam. Stop! There are T-800 patrollers in front of the building. Make sure they don't see you. It's clear. There should be a gun in there. Pick it up. Next, there's a man hidden behind the picture. It will lead you out of there. There's a lamp. You have to look at the camera. damit die Terminatoren nicht sehen, die werden später noch richtig heftig aber die haben halt auch immer nützliche Sachen mit dabei weil ihr später alles braucht wenn ihr wirklich Platin machen wollt weil ihr müsst alles mögliche aufwerten und herstellen okay Patrick, komm hier. Wir können das jetzt nicht machen, Junge. Ich will nicht mit dir gehen. Nein, du nicht. Aber wir können hier nicht bleiben. Wer ist da? Oh, danke Gott. Du bist aus der Resistance. See, Patrick? Er wird uns helfen. Nein, sie werden uns helfen. Bitte, du musst mich helfen. Mein kleiner Bruder, er wird nicht hören. Ich werde nicht gehen. Ich werde nicht gehen. Ich habe gesagt, ich werde nicht gehen. Ich weiß, du bist Angst, aber hier ist kein Weg. Ich werde dich und deine Frau, okay? Okay. Danke. Ich bin Jennifer, bei der Wälder. Ich habe gehört, dass hier ein Evacuationpunkt ist. Ja, ich weiß, ich weiß, dass meine Leute organisieren. Also, ich bin die PS4, die sie gespielt haben. Hattet ich mit der Watt und mit der anderen. Ich bin da drüber gehabt, ne? Ich habe ein Trophäe für Liebeserfahrung. Liebeserfahrung, Mensch. Beziehung, Mensch. Das ist jetzt hier alles noch Tutorial, dass wir reinkommen. Tomen eaters! Get down, get down! Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Sch! Ge versucht, die Rechtschaffung. Also noch haben wir keine Chance gegen die Viecher, also gegen den TLN 1000, kommt alle der später, wenn wir bessere Waffen haben, wir haben normale Handfeuerwaffe. Aaron hat gesagt, diese Attacke passieren mehr oft, als die Linie näher wird. Diese Aaron, hat sie gesehen, die Annihilation-Line? Sie hat es gesehen? Sie hat es auf der anderen Seite. Wenn wir die Rebellen ein bisschen verstärkt haben, uns ein bisschen verstärkt haben, dann sieht das alles ganz anders aus. Ihr seht, das ist auch alles sehr linear, also man hat einen Level. Wo man eine Mission machen soll, aber man kann nicht alle Wege gehen. Teilweise sehr linear. Oh, you're from the Resistance. Thank you for making sure that Jennifer and Patrick got here safe. Are you the guy I spoke to on the radio? Nah, I don't think so. I haven't been able to reach anybody for a while now, but listen. I know that Colin wants us to go, but I don't know how I feel about leaving anyone behind. Jennifer just got here, and you said yourself that you heard some, Don't you think I'm out of here? Oh, I don't know how I feel about it. Ich mach mal schnell. So, jetzt haben wir eine Waffe kriegt. Wir müssen auch mit vielen Quatschen. Wenn ihr Platin machen wollt, ist das wichtig. Das erinnert mich so an den Terminator-Film, die Kinder im Bunker und so. Also ihr müsst halt viele, mit vielen Charakteren reden. Aber noch eh, nee. Um halt auch die Nebenaufgaben alle zu machen. Das ist wichtig für Platin, wenn ihr Platin haben wollt. Das ist, was wir jetzt machen? F***ing Hero. F***ing Hero. F***ing Hero. So. So. Wann nur noch ein Anruf. F***ing Hero. Müssen wir mal gucken. F***ing Hero. Guck. F***ing Hero. F***ing Hero. Bisschen weiter, weiter vorne. Man kann die auch noch hacken später. Ah, niemand ist hier. Was ist jemand hier? Nichts. Manchmal ist es besser, wenn man diesen Nachtmodus anmacht. Dann sieht man manchmal Gegenstände besser. Was ist jemand hier? Wer ist da? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin nicht jemand anderes. Ich gehe deinen Weg. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Come on, let's clear the path. I'm out of ammo! Grab this! More of them coming! This one's for you, Pop! I'm out of ammo! Grab this! Jennifer, what's the holdup? Tin cans coming! Jennifer! Get in! Go! Go! Hold on! We're getting out of here! Go! 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 Ich hab nicht mehr alles so im Kopf aber.. Ist ja schon ne Weile her wo ich die PS4 Version gespielt habe. Aber hier ist auch was. Und da kommt man doch in die anderen Gebäude hier auch noch rein. Hier brauchen wir auch die Triche, die können wir auch gleich drinnen herstellen. Das ist wieder das Wichtigste mit den Leuten, wo ihr quatschen könnt, immer quatschen. Okay. 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 hier haben wir auch eine kiste hier können wir bauen werkbank jetzt können wir hier dietrich herstellen und haben unsere erste trophäe noch herstellen gekriegt die meisten sachen sind hier jetzt noch verschlossene wie munition bomben und so das kommt alles später da können wir noch schöne sachen bauen jetzt manchmal auch nur eine millimeter arbeit schöne ding oh we all this for us oh did I startle you you always you know what since wouldn't my top don this is my common handy hey war alles einsammelt wenn ihr was einsammeln könnt macht das immer alles mitnehmen ressourcen sind verdammt teuer zum herstellen und dann haben wir hier den raum hier und da das thanks for helping us in pasadena ich glaube es gab auch eine trophy hey 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 were there any resistive what a one Wir nehmen erst mal die Tür. Achso, von der anderen Seite geschlossen. Ja, hier ist halt echt schwer zu gucken, wo man da lang geht. Ich bin beim ersten Mal, bin ich glaube ich erstmal auf Waffen, damit ich besser bin und Tarnung. Schlösser knacken, herstellen. Reicht immer noch nicht aus. Schlösser knacken. Schlösser knacken. Ken? Was war der? Was war der? Was war der? Die? Nein. Wie war sie? Was ist mit dir? Jetzt haben wir mit dem bin ich gequatscht. Und rein theoretisch geht es jetzt hier raus in die Weltgeschichte. Okay, dann gehen wir nochmal kurz raus. Gebiet von Weißen. Jo. So, wir haben jetzt unser Waffenrad und mit dem Sprengstoff und erste Hilfe. Das ist Rivers. Over. Ja, ja. Ich sehe dich. Ich habe mir einen Bezug auf den Weg. Keine Ahnung von Tinkern so far. Ein paar Crawlers. Aber nichts du kannst. Keine Ahnung von Tinkern. Aber ich habe noch ein paar Unternehmungen. Kann ich euch nicht mehr oder schritte? Nehmen wir das? Was macht auf einen Ebene? hier sind so eine computer da kann man dann speichern unterwegs und hier kann dann auch werkbänke herstellen und ihr seht da auch wenn ihr jetzt auf der rechten seite seht was uns fehlt um die herzustellen es gibt teilweise auch zwei möglichkeiten immer irgendwie heranzukommen wir können uns gut verstecken eigentlich und meistens kann man den kampf auch aus dem weg gehen aber ab und zu geht es halt nicht wir können jetzt da hoch und hier unten lang oft muss man einfach kämpfen so ach ich hätte auch das machen ich hätte auch das benutzen können ich hätte auch das benutzen können jetzt will ich ohne Trophäe wenn man so 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 eins wehr schade efter wirklich alles nur englisch aus dem decrease Ich habe etwas gefunden. Well, f*** ich dann! Es ist schon ewig her, dass ich die PS4-Version gespielt habe, wie gesagt, aber laut meiner Erinnerung haben sie wirklich ordentlich was gemacht. Die Licht-Effekte sehen auf jeden Fall geiler aus. Ich werde noch öfters vorkommen, dass wir uns heilen müssen. Er hat ja im Stream gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass der Terminator jetzt hier... ...dass der Terminator im Stream nochmal durchspielen. Ah! Ah! Aha! Ja! Na, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da müsst ihr wirklich aufpassen, das ist manchmal wirklich nur Millimeter Und ruckzuck habt ihr die Dinger wieder zerbrochen, ey, das ist mir am Anfang immer so, ja Macht nicht mit dir weiter, sobald ihr merkt hier, ey, da ist Widerstand, sofort aufhören Und dann geht's Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es kommt von dort. Was machst du hier, Junge? Ich weiß ein Kind, der will dich auswählen. Komm schon! Hey, fuckhead! Deine radio ist auf! Oder wollte ich das hören? Fuckin' kratzer. Was ist das? Manche Schränke kann man aufmachen. Kühlschränke auch. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Ihr müsst wirklich alles suchen und finden. Die Ressourcen sind ziemlich ziemlich knapp. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt schon wieder bei 40 Minuten. Ich könnte sagen, es wird angezeigt. Es ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Ich habe jetzt noch nicht meine Videos von Terminator auf der PS4 mir angeguckt. Also wieder angeguckt. Es ist jetzt wirklich nur mein persönliches Empfinden. Und daher würde ich jetzt sagen, laut Erinnerung ist das Spiel jetzt etwas heller. Die Flora und Fauna sieht ein bisschen besser aus. Die Lichteffekte und Schatteneffekte wurden verbessert. Und das Durchscheinen von Licht, wenn ich jetzt so mal hier unten mache, zum Beispiel unten bei der Kante, war bei der PS4 Version ab und zu mal so, dass du das Licht durchgesehen hast, dass dahinter noch was ist. Ja, also dass das halt nicht bis zum Boden eine Wand war, sondern dass da Licht durchgeschehen hat. Wie unter der Tür. Zum Beispiel. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber es sieht wirklich geil aus und es macht mega mäßig Spaß. Und es hat damals schon Spaß gemacht und es macht jetzt für die PS5 genauso Spaß. Also wenn ihr die Terminator-Serie liebt oder euch gefällt, dann ist das Spiel was für euch. Also da haben sie sich, die Entwickler, wirklich sehr viel Mühe und wirklich Recherchen und da steckt hier Hintergrundwissen drin. Das ist das beste Terminator-Spiel, was jemals rauskam. Aber nichtsdestotrotz, ich würde mich jetzt verabschieden. Ich werde gleich noch ein Video machen zu dem Infiltrator-Modus. Der wird dann halt einen Tag oder zwei Tage später online kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Das ist euer Odin.